Ein herzliches Hallo aus Berlin, einer Woche, die es in sich hatte. Soli fast komplett abgeschafft, Grundrente auf den Weg gebracht, Klimaschutzpaket angepackt. Viele Themen, die in dieser Woche zur Entscheidung gekommen sind. Aber für mich stand auch in dieser Woche das Thema Menschenrechte ganz hoch auf der Agenda, wo ich mich mit Vertretern aus Kolumbien, Brasilien, Kenia getroffen habe, um eben über die Menschenrechtslage in diesen Ländern zu diskutieren und konkret Wege aufzuzeigen, wie man dort den Menschenrechtsverteidigern durch die Unterstützung unseres Bundestages beistehen kann. In diesem Sinne alles Gute und einen lieben Gruß in den Wahlkreis.